Ah, hallo und willkommen zu Episode 7. Alien. Hi. Wie heißt das? Alien Hi. Isolation. Ja, Heiko ist mittlerweile weg. Der ist müde. Der muss Haya machen. Wegen Hayodo. Und wir spielen jetzt hier alleine weiter. So lange muss ich schon mal sagen. Also, wie gesagt, wenn euch das gefällt, dass wir hier das zusammenzocken, dann schreibt es in die Kommentare. Zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video kommt, ist das wahrscheinlich sowieso schon ein wenig zu spät, weil ich werde unter den ersten Videos gucken, ob euch das gefällt. Und dann, wir treffen uns nämlich die Tage nochmal und dann werden wir das wahrscheinlich weiter zocken. Dann wird übrigens der Game Runner dabei sein, der ein großer Fan von solcher Spieler ist und überhaupt es nicht schlecht finden wird, dass wir das mit ihm machen wollen. Aber wir werden ja sehen. Nur, dass ihr vielleicht gewarnt seid, dass ich in den nächsten Episoden vielleicht ich alleine wieder dabei bin. Egal. Achso, wir wollten hier Aufzug fahren. Heiko verpasst natürlich jetzt die spannendste Szene. Knappe Sache. Alien wäre wieder fast durch Aufzug gekommen. Lagt mal eine Batterie auf. Na, die ist noch halb voll. Ach, wechselt der die oder lädt der die auf? Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Ja, wir sind Personal. Also, du kannst, da steht zwar Aufladen, aber ich sammle dazwischen durch immer... ...wolltest du nicht speichern? Wolltest du es nicht speichern? Ja, ja, speichern tue ich jetzt. Ich wollte nur gucken, wenn ich jetzt speichere, dann wird das ja unterbrauchen. Das ist ja ein bisschen blöd. So. Bitte überschreiben. So, was haben wir hier? Da geht's runter. Boah, das Ding, ey. Warum ist das nicht die ganze Zeit aktiv? Das ganze Zeit, er 1 gedrückt hat. No Access. Okay, hier muss ich bestimmt hin. Erstmal gucken, was da unten noch war. Also, da war gerade ein Android. Der in die Mitte ist jetzt nicht. Hä? L2 halten, um die Sicht zu fokussieren. Während sie den Bewegungsmelan. Was? Hä? Man kann nicht bei jetzt gleichzeitig fokussieren. Ach, merk ich gerade erst. Hat mich vorhin schon aufgeregt. Ist mir auch nicht aufgefallen. Aber hier ist gar keiner. Doch. Der Controller vibriert einfach. Alien. Hinter mir ist keiner. Okay, doch. Hinter mir ist schon einer. Geh einfach nach oben. Ich kann von einer Nachricht verschicken. Okay. Die sind bestimmt nicht sauer, wenn ich da hingehe. Ich glaube, ich schleiche mich lieber zurück. Wollen Sie mir über Sie, was du Puls Sicherheitsvorschriften erfahren? Was? Ich glaube, der hat mich schon bemerkt. Nö, nö. Was machen wir hier? Renn! Fuck. Ich hasse das. Ich hoffe, die können nicht rennen. Doch, der rennt. Junge, Junge, versteck nicht. Ah. Ey, scheiße. Okay, der kann doch nicht rennen. Wie geht das nochmal? So. Okay. Okay, das ist das Piepen. Bitte nicht hier, bitte nicht hier reinkommen. Sind die behindert oder so? Woher wussten die das? Nein, ich komme gar nicht mit. Nein, verpiss dich. Du bist das täglich. Wie klug sind die eigentlich? Die sind total kacke. Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Rennen hat Unfälle zufolge. Halt Schnauze. Ich laufe einfach jetzt hier. Ich werde sie einfangen. Ja, von wegen. Jetzt mach mal das nicht, das Piepen. Das ist bestimmt so laut. Das piept dir das Teil. Nein! Ey, das ist doch unglaublich. Mein Gott, leck mich doch. Ich finde die so abartig kacke, gruselig. Mein Gott, leck mich doch. Ich renne jetzt einfach nach da oben hin und renne direkt da oben in dieses komische Kontrollzentrum. Gänzlich unbukte Alarm. Was für Alarm? Sie tut total kacke. Aber die sind viel zu klug. Das ist der normale Schwierigkeitsgrad. Okay. Anlage offline. Alle ausgehende Nachrichten gestoppt. Oh, na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Okay. Ja. Schieß den kaputt. Das bringt nichts. Was ist das für ein Spiel, wo man keine eigenen Leute erschießen kann? Ich renne einfach. Ich renne einfach wieder runter. Ja, mein Gott, der hat doch gar keine Geduld. Der ist doch behindert. Werd mich hysterisch. So, das pausiert wenigstens. Wo muss ich hin? Gute Frage. Was wurde denn da? Kommunikationsterminal. Geh mal nach da vorne und dann rechts. Ah, warte. Da vorne und dann rechts. Da war eine Tür. Man kann überhaupt keine Sammelobjekte mitnehmen. Diese Musik, ey. Ich hasse das. So, wo ist... Okay, gar nicht. Andere Etage einfach. Okay, da kommt Alien. Das muss ich mitnehmen. Ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Okay. Ja. Warte, kommt der noch? Haha. Es ist ein Schwerm. Oh. Oh. Samuels, Sie leben. Ripley hier. Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seaxen hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seaxen hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine... Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Der Blee-Trailer ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann Sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgundel. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Wow, geil. Unbefugte Kommunikation. Bitte warten Sie auf einen ziegsten Mitarbeiter. Ja. So. Erstmal speichern. Was machst du? Egal. Ich warte jetzt einfach hier. Ach, du gehst aufs Klo. Ach, so, ja. So lange Zeit für eine kurze Conclusion. Warte, nee, sind erst zehn Minuten. Ich kann die Folge nicht beenden. Aber ich hoffe, ihr versteht, dass das nicht so leicht ist, die ganzen Sammelobjekte zu einzusammeln. Wenn ihr jetzt irgendwo seht, ach, du bist an so einem Ding vorbeigelaufen oder so. Da sind einfach tausend Androiden, die sich nicht töten lassen. Zumindest nicht durch sechs Schüsse aus dem Revolver. Und ich hoffe, ihr versteht die Situation. Jetzt muss ich Ja drücken und dann geht der Alarm weiter. Kacke. EMP. Guck mal, da ist wieder so ein Überbrückungsding. Ach so, kack. Ich kann den Alarm abschalten, bestimmt. Siegsen. Düt, 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 düt. Ah. Ah. Okay. Kannst auch mit R1 und so. Ja, genau. Hä? Ich hab alles ausgeschaltet. Okay. Die kommen da alle. Sieht nachher... Oh nein, geht da rein, geht da rein, geht da rein, geht da rein. Nein. Ach, du Junge. Ich hoffe, die kommen hier nicht rein. Fuck. Boah, und dann geht das Ding auf einmal wieder zu. Boah, ey, das gibt's ja wohl nicht. Und jetzt kommen die hier bestimmt auch an. Die haben nur auf dich gewartet. Okay. Die kommen nicht durch den Tunnel. Nee, die sind direkt hinter dir gleich. Die kommen doch... Geh vom Eingang weg. Hä? Hä? Wo sind die? Die bewegen... Okay, die bewegen sich nicht mehr. Ich hab vor Schiss, da rauszugehen. Willst du spielen? Nee, nee, mach du ruhig weiter. Nein, fick dich. Okay, einer ist... Ich... Ich raste aus, wenn hier plötzlich einer von ihnen reingekrabbelt kommt. Okay. Soll ich mal losrennen einfach? Ich hab ja eh keine Chance. Guck erstmal auf die Karte, was du machen musst. Oder wohin. Also. Mein Gott. Okay, ich muss offenbar wieder... Flüchten sie zurück durch Six... Flüchten sie zurück? Okay. Ich glaub, ich renne jetzt einfach los. Ja. Weil... Okay, die laufen da hinten rum wie so Verwirrte. Okay, ich glaub nicht, dass sie hier rein können, oder? Weil die Tür ist zu. Ich... Ich will's gar nicht ausprobieren, aber ich... Ich sammle erstmal was. Manchmal muss man nämlich Dinge sammeln. Um das sammeln zu... Kann man hier eigentlich den Alarm ausschalten? Nein. Und ich hab das Gefühl, egal wo ich mich verstecke, die finden mich immer. Das ist... Noch so. Da ist grad irgendwas aufgegangen. Ach nee, dass nur dieser Ton, wo du hergekommen bist. Was? Sensor. Wow. Vielleicht kann ich ja hier nochmal den Alarm ausschalten. Das hört sich an, wie so ein altes Nintendo-Spiel. So. Ich hab das Alarmsystem doch ausgeschaltet. Was wollen die denn eigentlich? Kannst du den Raum wechseln? Wow. Jetzt möchte ich was lesen. Komm, wir lesen erstmal was. Okay. Bei der geilen Hintergrundmucke. Fehler. Vorgang nicht gestattet. Privat. Okay. Silveste Pol. Hier spricht Weyland-Yutani-Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland-Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir sie darauf hinweisen. dass sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Weyland. Okay, das ist wahrscheinlich das, was ich hier nicht sehen konnte. Ach, warum gehören nicht den Alarm irgendwo an? Weißt du, überall Computer, aber nirgendwo Alarm ausstehen. So, nur um zu gucken. Die Tür geht zum Glück nicht auf. So. Weißt du, was mir jetzt noch fehlt? Das Alien. Woher wäre jetzt das Beste? Ja, das wäre so richtig geil. Ich würde mich so freuen. Dann kämpfen die gegeneinander. Oder die verbünden sich gegen dich. Ich glaube, die verbünden sich. So. Warum ist das Ding... Okay. Von beiden Seiten kommt einfach einer. Ich habe voll... Ich habe... Mein Gott, wo bin ich jetzt? Gute Frage. Achso. Okay. Ich muss also gerade... Ich kann jetzt... Geradeaus und dann rechts. Ja, ich kann geradeaus rennen und dann einfach nur den Weg entlang. Und dann da hinten ist ja schon der Ausgang. Ach komm, jetzt kriege ich hin. Mein Gott. Wofür ist eigentlich die Tür? Das Schlimmste ist... Das Schlimmste ist der Sensor. Ah, endlich ist einer von denen mal tot hier. Geil. Ah, was? WTF? Was ist... Fick dich doch. Mein Gott. Mängel. Ey, was ist das denn? Du Scheißviech, ey. Ladungspack, ja, leck mich doch, ey. Nein. Warum bin ich überhaupt hier? Aus Prinzip. Okay. Gut, dass das jetzt pausiert, das Spiel. Wenn ich immer... Wenn ich hier reingehen würde, das würde im Hintergrund weiterlaufen. Ich würde ausrasten. Jo. Oh. So, wo... In welche Richtung... Ich vergesse immer wieder, wo ich hin muss. So. Okay. Total komisch aufgebauter Warme. Achso, jetzt war ich wieder. Der hat dich locker gesehen. Wieso sollte der mich sehen? Niemand sieht mich. Weil der Rund unsichtbar ist. Weißt du, was jetzt geil wäre? Inventar. Mein Gott, ey. Das Spiel reicht mir jetzt schon. Von da kommt keiner... Das... Nein. Ja, ach, wirklich? Das Schlimmste ist einfach... Hier quietscht es immer so ein bisschen manchmal, ne? Was... Was konnte ich hier? Konnte ich irgendwas machen. Okay. Ich hab das Gefühl, dass Alien ist hier. Okay. Hi. Weißt du, was geil ist? Oh. Ich verstehe manchmal auch nicht, was ich tue. Verpiss dich. Kacken, 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 kacken. Junge. Schnellaufzug aktivieren. Verpiss dich. Mein. Die Androiden sind schon schlimm. Wenn das Alien kommt, gebe ich dir den Control. Abgemacht. Okay. Die Androiden sind zahlenmäßig überlegen dem Alien. Also habe ich genauso viel Angst wie du. Alien ist auch chillig. Obwohl das war jetzt eigentlich nicht so wirklich Angst. Das war eher so ein bisschen was... Ne, weiß nicht, wie kann man das nennen? Ich habe ja... Obwohl ja doch eigentlich schon Angst. Lass es zurückfahren, komm. Ja. Die warten dann mit 20 Leuten. Oh. Mal weg. Bestimmt Alien-Durchlüftung. Ach nein. Nein. Mal nach oben? Nein, nicht das Alien. Äh, kacken, wo muss ich hin jetzt? Flüchten sie zurück durch Sixen... Ach, das ist auch noch Sixen-Communicate? Okay. Aussichts-Deck. Was ist denn? Super Aussicht, einfach. Okay, also ich muss jetzt... Gerade einfach rechts da den Gang runter. Links geradeaus und dann... Okay. Nicht links. Hörst du nicht dieses... In der Lüftung? Weiß ich nicht, ich schleiche doch... Ohne... Okay. Wir haben keinen eigentlichen Kratzer abgekriegt. Ich kann doch nichts anderes als schleichen. Ich meine, ich kann... Ich kann mich in irgendeiner Ecke verkriechen. Aber ich glaube, das war nur ein Android, der daran angelaufen ist. Ja, ja. Das Alien... Aber ich meinte trotzdem mal diese Löcher in der Decke. Weiß ich, das macht mir immer so ein bisschen Bammel, dass ich da irgendwie... Oh, guck mal, eine Katzenbox. Macht mir ein bisschen Bammel, dass das jederzeit da rausspringen könnte. So. Vor allem... Hä? Bin ich nicht schon da? Warte. Ne, ach so. Hier rein. Geil. Ah... Ah... Ah...